So, Kapitel 5, Aufstieg und Fall des jungen Jimmy Hopkins. Ich habe mal eben einen kurzen Schnitt gemacht, dass ich ungefähr weiß, wann das letzte Kapitel war. Jetzt fangen wir das nächste Kapitel an und es geht direkt weiter. Hey Johnny! Hey Jimmy! Hey Jazz! So I'm like, yo... It's Jimmy! You're so funny, Jimmy! Oh hey, girl, you're looking great. Great, thank you for that show, darts. Wow, Jimmy! Boys, that's all I got to say. Later on, Jimmy. See you later. Bye bye! Hey Jimmy, what's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump. These morons are my morons. That's great. Just don't turn into a jerk. How could I? Hey, baby. How you doing? What you doing later? Just remember, Jimmy. Not everybody likes you. Correct. They love me. Well, what about Gary? Gary? Forget about that twerp. Dude, it's me now. I run this place and you're my friend. So please, try to be cool. Oh man, you're bringing me down. Come on, let's go milk this thing for all it's worth. We might even find you a girl. Jimmy, forgive me, but I gotta go. Quests, 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 quests. Ah, warte mal. Unterricht fängt doch gleich an. Hi, PD. Hi. Hey. Als ob die sich nicht kennen würden. Na ja, geh mal. So, jetzt haben sie sich circa alle angefreundet, aber sie schlagen sich immer noch. Aber ich bin der Boss. Boss der Schwule. Hey, wie viel Geld ich hab ohne Witz. Ich weiß gar nicht, was wir mit den 851 Dollar machen sollen. Soll ich mir alles kaufen? Oh, Chemie. Ja, das ist Chemie. Letzter Kurs, ne? Oh, da geht's wieder. Hab mich gucken. Hey, James. Okay, das verkack ich bestimmt. Letzten Cup verkack ich immer. Okay, ich mach mich bereit. Maus, hab ich ein A. Good job. Keep paying attention. Nein. Zu früh. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Also, ich werde nicht reden. Ich werde mich da voll drauf konzentrieren. Das ist immer das Blöde. Ich werde mich da voll drauf konzentrieren. Keep up the good work. You're almost done. Oh my. James, keep your mind on what you're doing. Komm, ey. Ich will die letzte Chance noch kriegen. Bitte. Fascinating, isn't it? Good work. You have a future in chemistry. Good job. Keep paying attention. Yes. Chemie komplett fertig. Nice. The coursework is done, gentlemen. You may go. Those of you with a keen interest in the subject may return and do work for extra credit. I'm getting good at this. Boah, geil. Achso, du kannst den jetzt. Wir haben das Tickle benutzen. Ah, geil. Ich würde auch sagen, ich mache mir eine kurze Speicherpause hier. Nicht, dass alles verloren geht. Yes. Dann können wir nicht mal schauen, wie viel Prozente wir haben. 50 müssen wir da jetzt mindestens haben, oder? Na, fast. Fast 50. Machen wir eine Quest? Ich glaube, wir machen mal eine Quest. Das eine ist auch beim Jungen schlafen Zimmer. Da gehen wir mal als erstes hin. Schauen wir, was da ist. Wird sich jetzt alles, glaube ich, um Gary drehen? Mal gucken, was mit dem da los ist. Da muss doch irgendwas jetzt passieren. Was haben wir denn? Zeichen setzen. Das ist lustig, Jimmy. Nein, das ist nicht. Jimmy, das ist wirklich lustig. Chill out, Mann. Jimmy, ich muss dich über etwas sprechen. Nicht jetzt, Pete. Ich bin in Adulation. Ich meine, ich bin in der Schule rechtzeitig. Mann, so rechtzeitig. Jimmy, bitte. Pete. Enough. Ja, shut up, Pete. The court must know they're king. You know what, Jimmy? Forget the school. The whole town should know about you. You're like the mayor. You should leave your mark on City Hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. No, you homunculus. Not a dump. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy. Don't forget about Gary. Wait, wait for me. Ich glaube nur nicht dran, dass es so jetzt das richtige ist. Und ob die sich jetzt so alle vertragen, kann man jetzt nicht so ganz sagen. Aber, doch, es wird auf jeden Fall richtig sein. Leute, mal. Hallo, Baby. Ich hoffe, du hast ein paar Blumen. Komm schon. Ich will nur 100% haben. Ja. Komm schon. Mach. Ich habe keine Zeit. Sorry, Lady. So lässt man schnell vorne abblitzen. Sorry, aber der musste gerade sein. Einfach knutschen und direkt wieder weiterfahren. Direkt anmachen und wissen, wer hierher im Dschungel ist. So. Jetzt gehen wir zur Town Hall und da setzen wir jetzt voll fett das Zeichen. Ich weiß noch nicht was, aber... So, was müssen wir machen? Kletter auf das Dach. Das machen wir doch. Achso, ich bin jetzt extra rechts gegangen. War aber richtig. Kann man nicht noch schneller hochklettern? Kann man wieder nicht. Na ja, klar. Meine Güte, halb vier. Ich nehme jetzt dauerhaft... Ich nehme jetzt wirklich Bulli im Voraus auf. Das ist natürlich dann ein bisschen die aktuelle. Aber ich habe dann halt aktuelle Folgen immer. Beziehungsweise ich habe dann halt auch die Folgen, die ich brauche dafür. Und ich habe genug Let's Plays. Also... Seid mir deswegen nicht böse. Ich muss auch mir ein bisschen Platz schaffen. Momentan sind auch sehr viele Projekte am Start. Das ist... Muss man dazu sagen. Wenn wir davon ausgehen, dass ich Direwolf habe. Jetzt Bulli noch. Ähm... Sparks Challenge. A Left 4 Dead habe ich noch. Da habe ich das Beste in die Projekte. Deswegen, das ist schon krass. Es gibt keine Ahnung. Buhl, wo er ist? Eine Ahnung... Nein, die Polizei. Was hat er denn geschrieben? Bulbers. Les. Kaum klettern kannst du vor... Achso, vor der... Fotografiere es von der Straße. Das machen wir doch. Ah, es kommen noch Schwänzen dazu. Das ist natürlich auch auf jeden Fall geil. Warte mal, hier ist noch das Polizeiauto. Ah, fuck. Boah, geh von mir weg. Was? Wo kam der denn her? Warte mal, kann ich... Hä? Hä, was ist das denn für einer? Junge. Was bist du für einer hier? Mach mich nicht dumm von der Seite an. Mach jemand anders dumm von der Seite an, aber nicht mich. Gut, ich hab das Graffiti dahin gespürt, aber wir müssen mich doch nicht so verprügeln. Nein, krieg ich mich bitte nicht. Ich will nämlich auch noch gleich zum Unterricht stellen. Mach schnell das Foto. Gehe. Zu deinem Schlafsaal zurück. Machen wir doch. Schaff ich den wohl auch noch? Ja, den Unterricht will ich bestimmt auch noch schaffen. Weil den würde ich auf jeden Fall machen. Unterricht beenden alle, wäre doch geil. Schwänzen ist aber immer das Blöde dabei. Wäre es wieder so knapp. Sehe ich gerade. Oh, ich finde. Nein! Verdammt! Oh, Englisch. Warum? Ja, laber mich nicht voll von der Seite. Ja, laber mich nicht voll von der Seite. Na, was gibt's jetzt für Dinger? Verdammt ey, nochmal die Quest. Äh, na. Na, das sind einfach Buchstaben. Gut gemacht. Nee. Lass mal so. Okay, äh. Ich lasse mal lieber die Maus wieder in Ruhe. Genial. Egal, vielleicht auch noch. Gut schau. Ah, dann sind es einfache Wörter, Giel. Das ist richtig! Allgir. Keep it up! Ich lasse mal wieder in Ruhe. Ich lasse mal wieder in Ruhe.